Hi Leute, es tut mir leid, ich muss den Talk jetzt leider, naja, wieder mit der Handy-App aufnehmen, weil heute alles doch ein langer Tag war und ich gerade noch die Folge geschaut habe und jetzt eigentlich schon so gut wie im Bett bin. Von daher jetzt hier chill ich auch im Bett, also meine Folgenbesprechung. Ja, ich gebe auf in dem Sinne, das Ganze ohne Spoiler zu machen für den Anfang, sondern ab jetzt ist halt jede Folge mit Spoilern, schreibe ich auch direkt in dem Sinne einen Titel rein und so weiter morgen. Ich muss sagen, die zweite Folge hat mir extrem gut gefallen, sie ist ein bisschen, ich weiß nicht, sie hat ein bisschen langsam angefangen, aber ich finde, der Stil gefällt mir immer besser. Das Intro sieht wirklich heraustragend gut aus, wie ich finde, dieser Game of Thrones Theme, der da wieder aufkam, diese Musik, die ist einfach immer mehr so schön. Und, keine Ahnung, mir hat so viel an dieser Folge gefallen, obwohl ja eigentlich nicht viel passiert ist. Aber was ich so besonders interessant finde, ist eigentlich, dass in dieser Folge ist ja eigentlich mehr um die Beziehung zwischen einem Vater und seiner Tochter in dem Sinne geht. Dass das eine in dem Sinne jetzt ein König ist und das andere eine Prinzessin, ja, das ist natürlich dann, macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber an sich geht es eher darum, dass ein Vater einfach seine Frau verloren hat und seine Tochter, naja, in gewisser Weise irgendwie auch verloren hat. Also, die Beziehung zwischen Bizaris und Rhaenyra, die ist schon nicht so einfach und dennoch finde ich sie irgendwie dann doch ganz sympathisch. Generell muss ich sagen, dass die zweite Folge mir wieder gezeigt hat, dass vor allem die Schauspielerin von Rhaenyra unglaublich gut ist. Also, ja, die soll in der Serie 15 Jahre alt sein, die sieht natürlich viel älter aus, aber dieses Schauspiel ist so toll. Und, ähm, ich weiß nicht. Natürlich sieht man in dieser Figur oft eben auch eine Daenerys Targaryen, also die, die spätere in Game of Thrones. Aber irgendwie ist Rhaenyra in so vielerlei Hinsicht einfach der interessantere, der durchdachtere und einfach der Spandol-Charakter, wie ich finde. Ähm, nur... Naja, wie soll ich das Ganze ausdrücken, ohne dass es sich komisch anhört? Naja, ich finde es ein bisschen schade, dass halt bis jetzt die Serie relativ offensichtlich ist. Also, mir war klar, dass als, wie Bizaris sagt, dass er halt neu heiratet, dass es ganz klar Alicent Hohenturm oder Alicent Hohenturm wird. Also, Alicent Hightower. Ich schaue die halt auf Deutsch, aber klar, man kennt vor allem die englischen Begriffe. Und, ähm, das war schon ein bisschen sehr offensichtlich. Das heißt, naja, der, der, der gute Otto, das heißt, die Hand des Königs hat's da schon, ist gut hinbekommen, in irgendeiner Form, wenn man so möchte, seine Tochter ganz gut eigentlich in die Prostitution zu schicken, wenn man so möchte. Das heißt, er hat, ähm, genau diesen, diesen Plan verfolgt. Und jetzt wird's natürlich super spannend, was mit Collis, ähm, Valerion oder Valerion ist. Denn, naja, der wollte ja eigentlich, ähm, in dem Sinne, dass die Beziehung oder, sagen wir mal, das Machtgefüge eher ausgebaut wird. Und dadurch, dass sich eben jetzt, ähm, König Viserys ganz klar dagegen gestellt hat, was, wie gesagt, von vornherein eigentlich offensichtlich war in der Folge, ähm, naja, hat er sich jetzt in dem Sinne mit, ähm, Damon eben verbündet. Keine Ahnung, was ich davon halten soll, dass, das wirkt schon so ein bisschen irgendwie plakativ, gerade so die letzten Minuten in der Folge haben mir nicht so gefallen. Das war schon so ein bisschen wieder so zu sehr Game of Thrones Staffel 8 mäßig. Auf einmal sitzen die da und er hat ihn eingeladen. Das fand ich doch ein bisschen, weiß nicht, also das, das hat mir nicht so gefallen. Aber was mir an der Folge extrem gut gefallen hat, ist einfach die Tatsache, dass eigentlich so wenig passiert, aber sehr viel auf Dialoge und vor allem auf das Setting gesetzt wird. Also allein Drachenstein wieder zu sehen in der damaligen Form ist einfach so toll. Und ich, ich habe es geliebt, wie, wie dieses, ähm, ich sag mal, dieses Geplänkel zwischen eben, ähm, Otto Hohenturm und eben, ähm, Damon Tagallian, wie das, ähm, stattgefunden hat. Ja, dass er sagt, so als er hat, ja, ähm, ich heirate und sprich, ähm, meine Frau ist schon schwanger. Und hinterher erfahren wir halt als Schauspieler und, ähm, als Zuschauer und Zuschauerinnen und so. Und die wäre so einfach, dass, naja, dass er das eigentlich nur so ein bisschen gespielt hat, um eigentlich seinen Bruder in dem halt irgendwie, naja, ein bisschen zu erzürnen. Aber wie da Rhaenyra einfach aufkam und wie sie da mit dem Drachen angekommen ist und so, natürlich hat man da, also man sieht die Parallelen zu Daenerys. Ähm, aber ich fand das irgendwie, das war, das war so ein bisschen, sag ich mal, so Teenager-mäßig, aber trotzdem irgendwie total toll. Und als sie dann wieder ankommt, wo man ja wirklich gedacht hat, irgendwie die Prinzessin, die zeigt es jetzt allen, sie ist eben nicht die Mundschenke, die, ähm, sich, sag ich mal, um die kleine Angelegenheit kümmert, die nicht, ähm, ernst genommen wird von ihrem Vater und so weiter und von dem Rat, sondern da hat sie es einfach mal gezeigt, dass sie halt wirklich, ähm, naja, vielleicht sogar regieren kann. Aber als sie dann wieder ankommt, dann ist auf einmal aus dieser, ich sag mal, Kämpferin, aus dieser Drachenreiterin einfach wieder ein 15-jähriges Mädchen geworden, was sich irgendwie ihrem Vater so ein bisschen irgendwie erwehren muss und wieder ein bisschen, ähm, ja, dieses Teenager-Dasein irgendwie wieder pflegen muss. Das ist, das fand ich total schön eigentlich zu sehen. Also generell hat mir an der Folge so gut gefallen, dass es eigentlich im Kleinen stattgefunden hat, aber gerade die Dialoge und wie sie es präsentiert haben und die Figuren, das hat mir super gut gefallen. Ich brauchte da keine große Action, ich brauchte da keine große Dramatik, ich brauchte da auch keine Brutalität, wie noch in der ersten Folge. Ich fand's viel schöner zu sehen, wie gerade der König irgendwie, ähm, naja, eigentlich ausgespielt wird von Otto. Aber auch zu sehen, wie, wie ohnmächtig auch ein König sein kann. Das heißt, wenn sich die bestimmten Entwicklungen eben genauso ergeben, dann bist du auch als König letztlich genauso ohne Macht, ähm, wie jeder andere, wenn man so möchte. Das heißt, er hat den Rat, er hat in dem Sinne seine Berater und er hat, ähm, die anderen Häuser, so nach dem Motto irgendwie, als Teil des Reiches. Aber man sieht ja, wenn er sich mit Corlys, ähm, Valerion, ist eben verscherzt, dann hat er eben nichts und dann hat er eben auch keine, ähm, Seeschlacht oder Seestreit macht, oder so möchte. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend. Gerade Damon, auch wenn man ihn wieder nur kurz gesehen hat, ich find diesen Schauspieler wirklich toll. Ich find den, der hat sowas total perfides, aber irgendwie auch was, wie soll man das sagen, sowas fast sympathisches an sich. Also der ist nie so richtig böse, der ist eher so verschlagen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich find den auf jeden Fall super cool als, ähm, Schauspieler und ich muss auch sagen, ich mag die Figur sehr. Aber ich find gerade, dass in dieser zweiten Folge, da ist wieder klar geworden, wie gut einfach die Schauspielung von Rhaenyra ist. Also Rhaenyra find ich mit Abstand die interessanteste Figur in der ganzen Serie. Ich find's einfach so cool, wie sie versucht einfach genau wie, ähm, ihre, ähm, ja, wie Daenerys hinterher dann irgendwie hunderte Jahre später, so nach dem Motto, ich glaub, 180 Jahre oder was auch immer es sind, wie sie dann, naja, wie sie dann halt wirklich versucht einfach, von diesem kleinen Teenager, ähm, Mädchen zu einer wirklichen Kämpferin zu werden. Und in vielen Dingen sehen wir da eben auch eine, eine Arya Stark drin, wir sehen einen Daenerys da drin, wir sehen einfach eine, die eigentlich gar nicht so dieses Regieren und dieses, vor allem, diese, wie soll man es sagen, dieses Repräsentieren irgendwie verfolgen möchte, sondern wir sehen eher eine, die wirklich herrschen möchte, die, die eine gewisse, vielleicht sogar ein, ein Abenteuer irgendwie damit verbindet. Von daher, ja, man kann auch viele Dinge ansprechen, aber ich muss sagen, mir hat die zweite Folge sehr gut gefallen. Sie war sehr, sehr anders und vielleicht zu der ersten Folge, aber ich würd auch der diesen, ja, ich würd der wieder eine 4 von 5 geben, also ein bisschen schlechter als die erste, aber wirklich ganz nett. Also wirklich nett, positiv gemeint. Und vor allem das Intro hat mich wieder so abgeholt. Von daher, ja, ich muss nicht immer die ganz großen Schlachten haben. Ich muss nicht immer diese Dramatik haben. Ich finde, Game of Thrones hat gerade in den ersten Staffeln irgendwie es hinbekommen, über Dialoge, über ganz interessante Figuren, über tolle Settings, über tolle Musik, über tolle Szenen und über auch schwierige Szenen, in dem Sinne halt wirklich eine ganz bestimmte Atmosphäre aufzubauen. Ich finde, das schafft diese Folge ganz gut. Also wirklich, vor allem, das auf Drachenstein hat mir extrem gut gefallen. Also wir hören uns nächste Woche dann zur Besprechung der dritten Folge. Macht es gut, ciao!